Kaufleute Jedler See und Kaufleute vom Spitz haben natürlich seit Jahren schon diese Aktion auf dem Programm und so ist es auch heute. Da liefern wir an diesem wunderschönen Tag ca. an die 2000 Grafen von der Firma Ströck an das bestimmte Übernummern. Das ist eines der Firma Lippkowich, der übernimmt das für ca. 1500 Grafen schon um 7 Uhr in der Früh und verteilt es dann dort mit anderen Fahrern, teilweise Pizzafahrern, teilweise seine eigenen Fahrer an ungefähr 50 Firmen im Zentrum von Florisdorf, das heißt eben am Spitz und in Jedler See. Und wir sind also heute hier in der Firma Klimbien, die uns auch freundlicherweise Grafen genommen hat, mit dem Wunsch eine gewisse Kundenbindung zu erzeugen und das hat also gut funktioniert. Die Leute, die hier im Geschäft sind, die im Kaffeehaus sind, die haben also alle zum Kaffee einen guten Grafen bekommen und freuen sich über diese Aktion. Ja, und das Großgebiet braucht die süße Sachen immer wieder, ne? Absolut, ja, genau, genau. Die Gäste freuen sich. Musik 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 TV 21 Austria Einfach anders! Musik Musik